Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Watch Dogs Folge 51 Spüren Sie den Hecker auf, sollen wir mal? So, dann haben wir es vielleicht, gut alter Nein? Noch eins. Alter. Die. Die. Drecks, girl. Drecks, girl. Drecks, girl. Drecks, girl. Drecks, girl. Clara, willst du das? Er scheint dich zu kennen. Je sais pas je… Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich spiel's ab. Ich spiel's ab. Es war gar nicht schwer, sie zu finden. Zwei Männer, einer einzig, der andere einzig. Der andere einzig, der… Hab vorher nie von dem gehört. Ich kann das erklären. Ich wollte's dir sagen. Ich wollte's dir sagen. Die Nachhine. Die Nachhine. Haben Sie vorhin was anzutrafen? Haben Sie vorhin was anzutrafen? Wann hat Sie das je interessiert? Wann hat Sie das je interessiert? Sicher die Summe ist zufriedenstellend. Die Summe ist zufriedenstellend. Damien Brinks. Aiden, da klopft einer an. Da klopft einer an. Clara. Aiden, ihr versucht uns den Scheiß zu löschen. Wir müssen ihn schleunigst rausschmeißen. Aiden! Komm schon! Aiden! Komm schon! Tiefschuss hochziehen! Ich drehe den Safter! Tiefschuss hochziehen! Ich drehe den Safter! Aiden. Aiden. Wer war das? Wer hat das hier vorhin? Wenn ich's wüsste würde ich sagen. Das spüre ich. Das spüre ich. Das spüre ich. Es tut mir so leid. Geh mir aus den Augen. Geh mir aus den Augen. Kannst du uns finden? Ja. Bin schon dran. Ich bin dran. Komm schon mal. Komm schon mal hin! Mach hin! Mist! Wo willst du hin? Wo willst du hin? Der Scheißkerl hat uns die Mutter aller Viren geschickt. Er hat uns die Mutter aller Viren geschickt. Er hat uns die Mutter aller Viren geschickt. Er hat uns das kopiert, was wir hatten. Er hat uns mit unserem System gelöscht. Er weiß genau wie er uns abschalten kann. Er muss den Backup Tower rebooten. Er muss den Backup Tower rebooten. Kein D Fort! Eine Dame Fort! Ich geh. Nein, 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 nein. Ich geh. Ich muss mir gerne mal die Hände schmutzig. Ich muss mir gerne mal die Hände schmutzig. Weißt du was Aiden? Du wirst wohl Damien. Du wirst beide hinhalten müssen. Mit dem komm ich schon klar. Mit dem komm ich schon klar. Ich hoffe dich an, wenn ich fertig bin. Ich hoffe dich an, wenn ich fertig bin. Viel Glück amigo! Viel Glück amigo! Red Boy! Red Boy! Red Boy! Red Boy! Mission beendet. HaltXP 3000, ich gehe immer die Faltstreppe hoch. Skillpunkt erhalten, kann leider nicht ausfüllen. Wo bist du? Wo bist du? Dieses Mal treffen wir uns. Persönlich. Wie altmodisch. Hast du denn etwas für mich? Wir reden. In dem Fall, in dem sag ich den auch. Sag ich den auch. Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Er sagte Blumen, dass er alles liefern würde, inklusive des Materials von I-Rank. Ja, er hat sich selbst in die Ecke gestellt. Du hast die Daten nicht dabei und ich keine nicht. Wir sind so berechenbar. Du hast ein Deal mit Blumen. Woher weißt du das? Du hast ein Problem, Damien. Denn dein Deal hängt an dieser Festplatte. Was wirst du ihnen sagen, wenn ich dir nichts gebe? Du vergisst da etwas. Nikis Leben hängt an einem anderen. Töte sie. Lass mich fast gelingen. Du denkst nicht zu Ende. Dieser Deal ist dein Schicksal. Tötest du Niki, bekommst du gar nichts. Glaubst du Blumen? Wird dich einfach gehen lassen? Die werden die ihre Fixer hinterher schicken. Und das heißt? Und das heißt? Ich entscheide über deinen Schicksal. Ich entscheide über deinen Schicksal. Hol Niki ans Telefon. Hol Niki ans Telefon. Wir sind immer noch Partner, ey. Sie ist ein. Sie ist ein. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Und? Und? Jetzt geht's dir gut. Und? Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Lass mich nicht ernst. Ja, ist okay. Hör mal, Niki. Hör mich. Ich bin's. Ich bin's. Wenn wir uns wiedersehen und du hast Kaffee dann, ist sie tot. Ist sie tot? Scheiße, ist da ein Schnee, der Kanzler ist. Was ist denn? Ach, sorry, die ist sofort bereit. Ach, es hat als der Rächer oder Fuchs in diesem Moment in Downtown Chicago auch. Die Polizei bittet die Bürger, ruhig zu bleiben. Gehen Sie den Mann aus dem Weg. Er gilt als bewaffnet und äußerst gefährdet. Wir erhalten viele Handybilder. Verdammt, Damien hat diese Tafel fehlt. Der hat Downtown Chicago abgefärbt. WK-Z. Den muss ich ausschalten. Scham. Die Polizei glaubt, hier spielt er die Rolle des Rechts schon seit Niederlanden. Er gilt als brutal und möglicherweise landen. Und möglicherweise landen. Ha, nene Lupien. Ich will Gerechtigkeit. Du machst das viel zu schwer, ich will mich nicht, dich zu verraten. Es gibt nichts, ich will mich nicht, dich zu verraten. Es gibt nichts. Es gibt nichts. Das ist ein bisschen verrückt. Ich will mich nicht, ich will mich nicht, ich will mich nicht. Ich will mich nicht. Alter. Die Jahre schick crazy. gut entkommen sie den kopf so gut der Motorrad bin ich weniger sie unter dem scheiß Autos Ich will dich sehen, Mission geändert. Zielpunkte erhalten, nur mal Kampf, Sprengmeister, Punkte kosten 4, erhöht die Trage der KWC vor Sprengstoffe. Ich will dich sehen, Mission geändert. Hey, das sieht gut aus hier. Ich habe vom Backup gebootet. Herr Bunker wird schon bald wieder tuckern. Harte gerade Niki dran. Harte gerade Niki dran. Geht's dir gut? Wie rollen Sie zurück? Ich weiß, wie wir sie finden. Es war eine Durchsage im Hintergrund des Anwes. Ich habe da irgendwas rausgehört. Einen Namen oder einen Ort. Kannst du das Audio bearbeiten? Kannst du das ständig machen? Audio Bearbeitung ist nicht meint. Aber schick, was du hast, irgendwie kriege ich das hin. Okay, ich fahr wieder zum Bogen. Nein, 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 nein. Wir hatten einen Job. Wir hatten einen Job. Du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Wollen wir uns zurück, was er uns geklaut hat. Das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.